Fern, geh runter und flaschier sie! Briggs, gebt ihr Feuerschutz! Kleine Einheit! Wo ist er? Hä? Oh! Oh! Da! Hä? Oh! Oh! Der Böder war knifflig zum Schloss hier! Oh! 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 Hä? Wo ist er? Oh! Bewegungen hinter den Hangars! Ja! Ah! Ich, 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 ich! Auf außen! Keiner setzt man richtig! Na toll! Da müssen wir ein bisschen... bisschen... aufpassen! Oh! 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 Mach da das! Mach da das! Uh! Oh! 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 Mach da das! Oh! 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 Ne, die Schleichern ging ja vorbei. Oh leh, sind die Waffen. Warum soll ich vorbeisteigen? Ich kann mir doch keine Mange... Äh, keine, keine, keine. Äh, ja, geh runter, kriege ich wirklich. Äh, ja, ja, ja. Wir machen mal hier, ne. Äh. Äh, ich bin hier. Äh, ich bin hier. Äh, ich bin hier. Äh, ich bin hier. Oh, hier. Oh. Äh. Können ja mal ein bisschen warten. Das könnt ihr ja auch machen, ne? Die Jungs. Okay. Hmm. Ist auch schwierig. Die haben ja keine Pulle, oder was? Ach, hier, guck mal, wir haben noch Granaten. Was ist das hier? Blendgranate, Splittergranate. Leider sterben so, ne? Die werden besser. So eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Restausschau. Okay. Ah, komm mal hier hinterher. So. Okay. Ja, war schon. Ja. Okay. Belegungen hinter den Hangars. Sollten mal nicht alle werden, ne? Haben wir das welche? Okay. Hmm. In Position. Geht weg. Oh, jetzt kommen die Autos. Die haben keinen mehr, schade. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh. Blankgranate. Vielleicht bringt das ja was, aber ich glaube nicht. Oh. Oh. Hey. Jetzt hätte ich einen Granaten gebraucht, ne? Triebwerke laufen. Wie schön, dass sie laufen. Ja. Okay. Keine Mutte, so was. Das ist noch Kacke. Kommt der Ding. Kommt der Ding. Kommt der Ding. Oh, der Ding. Oh. Geil. Du musst den stabilisieren. Äh. Was haben wir denn noch? Nix weiter. Ach du Kacke. Weil ist das? Tränengas. Okay. Okay. Hä? Haben wir jetzt keine Flüchtlinge mehr? Oder weil, wo ist die Flüchtlinge hier? Komm. Nun startet das verdinkt. Stammt die Ding. Komm. Kommt der eine noch. Bitte. Wo ist der eine da? Boah. Äh. Da steht immer. Außer den Decker raus. Das ist Kacke. Gut startet endlich. Okay. Warte mal. Trinkt das mal. Nöööö. Nicht wirklich. Gerade Ruhe. Kann man mal gucken. Trägers haben wir jetzt auch vorbei. Okay. Äh. Mal testen. So. Aber wir sind sicher. Bestätigt. Alle an Bord und nicht wie weg hier. Verstanden. Kyle, schaff Olli ins Lazarett. Oh, Alter. Ich muss auch echt alles erledigen. Jungs, ruhig, alles klar. Oh, erhöht. Grim, Paladin muss unverzüglich starten. Die Landebahn läuft. Sam, hab die Drohne reaktiviert. Still have brakes, offset um. Ach, der. Ich will das Flugzeug unbeschädigt. Jetzt müssen wir wieder schießen. Verstanden. Leiter auf mein Offsetum. Äh. Die ist ja die. Ziel zerstört. Treffer. Äh. Gegner näher an sich von links dem Flugzeug. Heran so. So, okay. Von links. Feindfahrzeug ausgeschaltet. Treffer bestätigt. Hä. Saubere Treffer. Okay. Das sind wir. Okay. Ja. Wie können wir da rum? Tödlicher Treffer. Okay. 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 Abschuss. Und kommt. Der ist Schrott. So. Riggs, das ist nicht alles. Mehrere Fahrzeuge nähern sich unserer Position. Okay. So. Landebahn. Los. Startbahn. Gib Gas alter. Haha. Diesmal wussten wir was passiert. Mitnehmen. Ich sehe Staubwolken. Weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen abheben. Jetzt. Am letzten Mal hatten wir ja auch so eine Mission noch gehabt. Vorm Abheben. Und das als Einstiegsvideo. Uh. Der erste Kampf am Tage. Mann. Aber wir haben es geschafft so. Also falls ich nicht vergessen habe. Ja hallo erstmal auf meinem Kanal. Ich bin Sam Fischer. Wir haben jetzt das Flugzeug gestartet. Am Ende der Mission. So können wir die Nachbesprechung machen. Die kommt ja auch gleich. Wie viel Kohle haben wir? 200. Ne. 22.000. Oh. Nicht viel. Bonus 12. Unter 20 Minuten. Ach da war eine Abschlussflugfelder. Alles klar. Puh. Oh. Was hat sich geändert? Ach Kontostand. Ne. Nicht wirklich. Wir haben immer noch 22.000. Okay. So viel Kohle haben wir gar nicht. Ach nicht. 228.000. Oh. Oh. Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Mead bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen. Das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Oh, wir werden beobachtet. Jetzt weiß er Bescheid. So ein... Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit T-Mech in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung? Unkaranlage F meldet Alarmstufe Gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch eintropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja. Ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Wir gehen mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Oh, 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 oh. Das hört sich an, irgendwie auf dem Tanker oder was? So, Gefangenen, Flugfeld. Ja, auch abgeschlossen. Und Amerikas Benzin kommt jetzt. Uuuuuh. Okay, das wird seine kleine Minifolge. Ja. Dann sehen wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Weil ich weiß auch wieder nicht, wie lange tatsächlich dauert. Und der letzte Auftrag aus dem Lager entkommen war ja schon richtig heavy, sag ich mal. Deswegen gab es da ja auch viele Folgen. So, ja. Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann, ja, abonniert den Kanal. Und, äh, empfiehlt mich gern weiter. Ja, also, dann sag ich mal, bleibt mir gewogen. Bleibt gesund. Und dann sag ich mal, schaui, euer Sam Fischer. Ich bin ja nicht so, naja. Dann sag ich mal. Danke. Danke. Danke, danke. Danke.